Hallo und herzlich Willkommen zum NV-Update. Hier aus der NV-Wohnung, aus dem Herzen Frankfurt, wie ihr auch hören könnt. Das ist unser erstes Update seit der GSV Gießen. Danke an die Gießener für eine tolle GSV-Orga. Wir verneigen uns vor eurer Leistung. Kurz nach der GSV im Mai wurden auch elf neue Trainer ausgebildet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei euren Trainings und geht schön mit Offensive in eure neue Trainingssaison. Wir hatten ein nationales Projekt mit unserem nationalen Förderrader in Gedieber, mit den Geschäftsstellen Gießen und Frankfurt. Schlussendlich konnte Frankfurt sich im Pitch knapp durchsetzen. Apro Nationale Förderer, wir freuen uns auch der sechste neue Mitglied im nationalen Förderpool in unserer Amtszeit begrüßen zu dürfen, die Xinger G. Aber wer uns kennt, keine Frage, das ist nicht das Ende aller Tage. Der neue MTP-Mehrwert kam heraus, das ist die Ausgabe 14, die ich hier in der Hand halte. Und wir möchten uns auch bedanken beim Redaktionsteam um Chefredakteurin Larissa. Ihr habt eine tolle Ausgabe auf die Beine gestellt. In der Zwischenzeit fand in allen Geschäftsstellen die Wahl statt. Einen herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder und an alle neuen Vorstände. Dann gab es vor zwei Wochen die Sonder-GSV hier in Frankfurt mit drei ganz großen Änderungen im Verein. Zum einen wurde ein neuer nationaler Vorstand gewählt. Wir gratulieren Chris, Stefanie und Lisa zur Wahl. Die Amtsbezeichnungen auf nationalen Ebene wurden angepasst. Alle Fachberater und nationalen Ansprechpartner heißen zukünftig nationale Leiter. Darüber hinaus gibt es ab 1. September auch einen Aufsichtsrat im Verein. Dieser unterstützt den nationalen Vorstand vor allem in Finanzfragen, aber auch in allen anderen Fragen liefert er Beratung. Nach der EM ist vor der WM. Wir werden euch innerhalb der nächsten Tage noch die Ergebnisse unseres Kick-Tips-Spiels nachreichen. Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme. Über 200 Leute haben mitgemacht. Ihr könnt gespannt sein, wer die tollen Preise unserer Sponsoren Groupon, United Ambidia, der GWA und von L'Oreal abstauben darf. Für uns stehen jetzt in diesem Monat die Übergaben an. Das heißt, wir möchten natürlich unseren Nachfolgern einen super Start in ihr Amtsjahr möglich machen. Innerhalb dieser Zeit werden wir euch noch einige Podcasts hier zur Verfügung stellen. Wir werden euch einen kleinen Einblick in das Alltagsleben eines nationalen Vorstands geben. Euch zeigen, wieso die tägliche Arbeit aussieht und wo wir eigentlich wohnen. Zur GSV Gießen müssen wir noch sagen, bzw. zum Abschluss, den wir dort präsentiert haben, an euch, dass es da eine wichtige Änderung noch gibt. Wir werden die Finanzzahlen, so wie wir sie vorgestellt haben, nicht einhalten können. Nach aktuellem Stand werden wir diese mehr als verdoppeln. Nach Abschluss unserer Amtszeit steht für uns noch eine kleine Deutschlandtour an und da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir werden innerhalb von 10 Tagen durch ganz Deutschland touren, werden dafür eine Eventseite öffnen, auf der ihr uns sagen müsst, was sind eure Lieblingsplätze in Deutschland, was muss man hier unbedingt mal gemacht haben oder bietet uns eine Wette an. Wir sind sehr gespannt auf eure kreativen Ideen. Vielen Dank und liebe Grüße, euer N.V. Check. Gibt's gut.